Soweit die Bundesfamilienministerin Volker Kronenberg. Sie haben sich das Konzept eben auch mit angehört. Wie ist Ihre Beurteilung, Ihre Einschätzung als Politikwissenschaftler? Naja, es ist natürlich ein Beitrag jetzt zur Schärfung des sozialen Profils dieser Volkspartei SPD. Warum sage ich gerade Volkspartei? Weil die haben man selbstbewusst eben auch reklamiert. Es geht nicht nur um die Sozialbedürftigen, die im Zweifelsfalle bisher schon Anspruch hatten auf Sozialleistungen, Hartz-IV-Familien und andere mehr, sondern es reicht auch weit in die mittleren Einkommensregionen hinein. Es ist aber auch ein Thema, Herr Saar, was natürlich in diesen Tagen Identifikation schafft und zwar für die gesamte Partei sozusagen von Kühnert bis Scholz. Das ist ja ganz interessant. Was man immer wieder in den letzten Tagen gelesen hat, naja, das ist jetzt ein ganz neues Thema unmittelbar vor der Kandidatenkür, das ist ja nicht so. Es ist ja schon Anfang 2019 der Prozess begonnen worden, noch unter der Vorsitzenden Andrea Nahles eine Kindergrundsicherung ausarbeiten zu wollen und damals schon mit Rückendeckung im Übrigen des Finanzministers. Insofern ist das keine neue Positionierung, aber es ist ein ganz wesentlicher Beitrag zur Schärfung des sozialen Profils der SPD. Und auf der anderen Seite, das dürfen wir auch nicht vergessen, es ist natürlich ein Thema, was unmittelbar anschlussfähig bei den Grünen und bei der Linkspartei ist, die ihrerseits, beide Parteien, ja selbst Konzepte zur Kindergrundsicherung vorgelegt haben. Das ist ein Thema, das auf Seiten der Union im Moment zumindest bis auf weiteres auf klare Ablehnung stößt. Ja, das wäre meine nächste Frage. Glauben Sie, es kommt durch oder es kommt nicht durch? Es ist ja ein Konzept bislang nur. Es ist ein Konzept, ganz bewusst, mit dem man ja auch gar nicht den Anspruch verbindet, noch in dieser Legislaturperiode Politik sozusagen machen zu wollen, das gesetzgeberisch umzusetzen. Nein, man will ja ganz bewusst damit auch in einen Wahlkampf von auch immer, der zu führen sein wird, gehen, um sich dann eben auch gerade gegenüber den Unionsparteien absetzen zu können. Interessant ist, und deswegen zögert sich gerade bei den Unionsparteien, schon als dieser Prozess der SPD Anfang 2019 begann, hat der Arbeitnehmerflügel der CDU wiederum durchaus Wohlwollen signalisiert, wohingegen dann der Wirtschaftsflügel und andere Teile gerade aus der CSU heraus Ablehnung signalisiert haben. Denn es geht ja um zweierlei. Es geht einerseits um einen Strukturwechsel. Es geht nicht mehr um Bedürftigkeit und dann Beantragung, sondern sozusagen bedingungslose Kindergrundsicherung. Und dann eben auch das, was wir gerade schon angesprochen haben, dass es nicht nur die unmittelbar Bedürftigen trifft, sozial Benachteiligte, sondern weitere Bevölkerungsgruppen. Man will gerade als SPD, dass das jetzt nicht gesetzgeberisch umgesetzt wird, sondern dass man mit diesem Thema in einen Wahlkampf ziehen kann, weil man da natürlich Hoffnung verbindet, wenn man mit irgendeinem Thema das Soziale verbindet, dann mit dem bei der SPD. Okay, verstehe. Also sozusagen die sozialpolitische Formierung einer SPD, wo sie auch als Einheit auftritt und nicht als zersplitterte ehemalige Volkspartei. Das ist ja auch wichtig. Deswegen gerade auch der Hinweis der interimistischen Vorsitzenden Dreier. Einstimmig. Einstimmig. Und das ist eben das Spannende. Und das ist ja in diesen Tagen, wir dürfen wir nicht vergessen, die Präsentation erfolgt wiederum eine knappe Woche vor dem Ergebnis. Wer nun die Partei führen wird, das ist ja nicht selbstverständlich. Denn eines, wenn man diesen Seitenschwenk jetzt dann doch unternehmen darf, ist ja jetzt schon interessant. Jetzt hat man monatelang eine Kandidatenkür veranstaltet, an dessen Anfang ja ein Vorsatz stand. Die Partei soll, egal welches Duo es wird am Ende, geschlossen sein. Und je näher die Bekanntgabe rückt, je weniger ist von Geschlossenheit ja zu erkennen. Wenn wir jetzt schon die Äußerungen beispielsweise von Herrn Weil aus Niedersachsen oder von Herrn Kühnert registrieren, müssen wir ja eher konstatieren, dass nach Samstag, nach der Bekanntgabe, die Konflikte nicht wirklich beobenen sind und dass die gesamte Partei nicht wirklich geschlossen dasteht, bei dem Thema zumindest im Moment schon.